Oh, oh, Killer! Okay, ja dann lauf, 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 lauf. Mein Mann, meine lieben Killerz! Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Hashtag Titan 2, vielleicht die letzte Folge, wer weiß. Wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, warte, warte, warte! Anmelden! Okay, bin drin! Leute, die haben mich eingebaut! Ja, die haben mich... Du bist nicht an den gleichen Koordinaten. Doch, doch, ich seh dich, ich seh dich. So, warte. Ja, hab mich rausgebaut, hab mich rausgebaut. Ja, ich seh dich! Siehst du mich? Ja, ich kann nicht mehr sprinten, scheiße. Ich kann eigentlich auch nicht mehr sprinten, ich hab nur grad was gegessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Um das mal zu erklären, Leute. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Und sein Inventar wurde gecleared, weil er feiße gebaut hat. Ja. Nee, 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 nee. Weil meine scheiß Aufnahme bekommen, das nicht gespeichert hat und das gecrasht ist. Es joinet keiner nach, es joinet keiner nach. Es joinet keiner nach, ja. Oh, ich, ich verliere, ich verliere, ich verliere Herzen, weil ich nix mehr zu essen habe. Hier, 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 warte bitte, ich werfe dir was hin. Danke, danke. Zack, nimm dir das. Ich frag mich gerade, warum keiner nachjoinet. Also ich bin echt gerade versucht. Entweder sind die Leute zu langsam, um nach zu joinen, oder, äh, ja, weil das ist jetzt mega gut. Weil wir sind jetzt schon mal aus der größten Fahrnzone raus. Ja, ich hab mal ein paar Programme geschlossen. Oh, oh, Killer, okay, ja, dann lauf, 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 lauf. Okay, sie sind da, sie sind da, lauf. Siehst du die, siehst du die? Ähm, das, nee, nee, nee. Dass die beiden kaum wusste ich, aber komm mit, komm mit, komm mit. Ja. Wir bauen uns irgendwo runter, okay? Ja, ja, hier. Und das Wasser, unter, unter Wasser. Scheiße, aber da ist so ein scheiß Ding. Okay, lauf, lauf uns dabei. Ja. Komm hier, komm hier. Woll dich hier runter. Ja. Woll dich runter? Setz einen Block über dir und sneaker. Scheiße. Ja, schnell. Oh. Okay, 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 okay. Puh. Okay, wir bleiben hier. Wir haben keine Namen. Wir bauen uns weiter runter. Ich hab keine Spitzerkennung mehr da. Scheißegal. Ja, und wir können uns jetzt auch nicht ensnigen. Egal, Leute. Diese Folge wird die spannendste Folge, die ihr jemals gesehen habt von Titan. So. Okay, okay. Oh Gott. Ich hab so Angst, Alter. Pete, wenn du das hier siehst, du bist ein Schlingel. Weißt du das? Ja. Aber ihr wart zu langsam. Ja, sie waren echt zu langsam. Aber dass die beiden kaum wusste ich. Weil die sind genau um 18 Uhr haben die sich eingeloggt. Mhm. Und dann hab ich eine Art so geschrieben so, ja wollt ihr uns snipen? Und dann meinte er so, äh, was hat er geschrieben? Ich weiß nicht jeden mehr genau. Ich kann jetzt auch nicht in Skype schauen. Aber sie waren zu langsam. Wir sind eigentlich relativ gut weit entkommen. Ja. Die Frage ist nur, sie sind jetzt halt in der Nähe, ne? Das heißt, wir dürften jetzt halt einfach nicht ensnigen. Ja. Ich weiß. Ne, ne, ne. Ich weiß nicht, Killer. Dann bring ich dich um. Aber warte mal, Killer, Killer. Äh, wie sieht das denn aus? Ab welcher Höhe sieht man's dann nicht mehr? Ja. Keine Ahnung. Wir bauen uns jetzt einfach diese Steine runter, man. Es ist wie scheißegal. Okay, okay. Wir bleiben jetzt hier unten. Die beiden haben nichts geschrieben. Die sind definitiv hier irgendwo. Die wollen uns snipen, ja? Du hast gar nichts. Ich mein, ich hab ein bisschen Rüstung. Im schlimmsten Fall könnte ich irgendwie ein bisschen vielleicht was tanken oder so. Weißt du? Ja. Ich könnte vielleicht sogar einen 101 gewinnen. Okay, das könnte ich nicht. Aber, ähm, trotzdem. So. Aber wenigstens hast du eine gute Post. Guck, die suchen uns jetzt wahrscheinlich voll verzweifelt. Ja, ja. Also runterbauen war eh die beste Lösung. Ich hab mir auch schon gedacht, so wenn du die ganz woanders ausgelockt hast als ich, dann baue ich mich einfach runter. Ja, weil die haben mich eingebaut, diese Schweine. Die haben mich eingebaut. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, was ich nicht verstehe, ist, äh, wie man das so verkacken kann. Aber ich dachte, aber ich dachte ehrlich gesagt, dass die, äh, gar nicht einbauen dürfen. Ich hab gedacht, man darf nicht. Das dürfte man eigentlich auch nicht. Ja. Das, äh, das ist nicht erlaubt. Aber, das würde ich auch in der Konfi noch schreiben. Also wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht täusche ich mich jetzt gerade, aber ich glaube, das dürfte man nicht. So, äh, warte mal ganz kurz. Ich glaube, die sehen uns nicht mehr. Ich bin jetzt relativ weit unten. Ich wage es jetzt einfach, mich mal zu entsneaken. Aber ich hab eh keine Spitzsacke. Oh, ja, warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Ich, äh, öffne jetzt aber mal ganz kurz hier meine Backpacks und schaue, ob ich da irgendwo eine Spitzsacke drin hab. Spitzsacke? Ich hab nämlich kein Holz. Einfach nur Holz. Oh, ich hab sogar noch, ich hab sogar noch ne Diabrust. Diabrust? Was? Ne Diabrust. Woher hast du ne Diabrust, lol? Äh, ich glaub, die ist von, von Klängern noch. Lol. Alles klar. Lol. Okay, ja, das ist schon mal sehr gut. Oh, das ist Eisen. Das dauert dir zuerst mal Ewigkeiten. So, Moment. Was ist? Sag. Sag was. Okay. Du darfst sehen. Hast du denn, hast du denn noch genug, äh, Holz? Oder hast du an Holz gar nichts? Bei, äh, äh. Du lagst bei mir richtig. Ich eisen soll ich nicht. Ich, äh, wirklich. Killer? Ja, ich, ich lege gerade. Lege, 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 lege. Ja, du lagst richtig. Ja, ich lege. Ja, ich lege. Ich bin von selber geflogen. Oh scheiße. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Äh, ja, dann muss ich jetzt hier mal ganz kurz versuchen, alleine zu überleben. Ich werd schon nicht, ich werd schon nicht sterben in dieser Zeit. Ich hab probiert. Ja. Das wird tun. Äh, Killer ist einfach so vom selber runter. Er hat sich gedacht, nee, er hat keinen Bock mehr auf mich. Äh. Leute, das ist nicht sehr gut. Ja, ja. Äh, hörst du mich noch? Ja, ja, ich hör dich noch. Hallo, hörst du mich? Ja, ja. Ja, nein. Ich hör dich. Ich hab 5000er Ping, alter. Läuft. Wirst du geddozt, oder? Ich hab wieder drauf. Nee, nee, nee. Das ist nur T-Mobile. Killer schreibt so, stoppe den DDoS, wenn Cordis. Ja, ja, ja. Glaub ich nicht wieder. Hast du ein Holsch, äh, hast du, ähm, ein Stick? Oder hast du zwei Sticks? Zwei Sticks, dann könnte ich mir ne Spitzhacke machen. Nee, ich hab, glaub ich gar nicht. Ich hab keine Ahnung, bei mir leckt alles. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hab echt grad keine Ahnung. Hallo. Hallo. Bei mir leckt alles. Ich weiß. Hallo. Hab ich denn gar keine Sticks mehr? Nein. Oh, okay, ja, jetzt, jetzt kann ich was sehen. Gut. Okay, Killer, leck, leck bei mir rum wie ein Stück Scheiße. Ist das dein Ernst? Kommen wir denn da jetzt wieder raus? Killer. Warte, beweg dich nicht, ich kann hier einen Block abbauen. Beweg dich nicht, ja? Nicht bewegen. Wir haben keine Spitzhacke, wie sollen wir jemals da wieder hochkommen? Ich hab zwar ein Birkenholz hier, das bringt uns nix. Wir bräuchten Sticks, Killer, wir brauchen Sticks. Ja, woher soll ich jetzt plötzlich Sticks haben? Ja, guck mal in deine Backpacks rein, ob du irgendwo ein Holzstück hast oder so. Nee, ich hab gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt hier rauskommen. Okay, ich hab, hast du ne Werkbank? Hast du ne Werkbank? Okay, du hast keine Werkbank. Nee, ich hab keine Werkbank. Okay, gut. Das ist halt scheiße. Aber wie hat das so bei mir? Ich dreh durch. Das, das, das Problem ist halt, ich hab vier Birkenholzbretter. Ich hab ja keine Werkbank, ich kann mir jetzt kein Schwert craften oder irgendwie sowas. Oder zumindest ne Spitzhacke. Also wie sollen wir da halt schnell runterkommen? Nee, runterkommen wir nicht. Wir können uns einfach Treppenstyle wieder hochbauen. Ja eben, wir müssen uns dann ja, schau, ich glaube, es bringt sich jetzt nix, wenn wir uns jetzt noch weiter runterbauen, weil dann sind wir unten und müssen uns erst recht dann wieder hochbauen. Oder das Ende. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt als Treppenstyle ein bisschen hoch und holen irgendwie ein Holz oder so. Ich hab halt einfach Angst wegen dem... Aber dann geh du hoch, weil ich hab gar nix. Ja, ich so, ich darf jetzt wieder sterben, ja? Nein, du musst nicht, aber du kannst, wenn du möchtest. Du musst nicht, aber du kannst, wenn du möchtest. So, warte mal. Äh, hast du denn noch was zu essen, was ungebraten ist, dann pack ich das mal schnell in den Ofen. Ähm, ja, hab ich. Dann wär das natürlich sehr fresh, wenn du mir das tue wirst und dann brate ich das mal. Nö, das will ich dir aber nicht geben. So hier. Wehe, du verwendest da jetzt Holz. Wenn du da jetzt Holz reingeschmissen... oh Gott sei Dank. Ich hab genug Kohle. Wenn du da jetzt Holz reingeschmissen hättest, dann hätte ich dich gemäuchelt. Ich hab Kohle, Alter, ich hab Kohle. Du hast Kohle, Alter, ey, schön. Siehste, und Killer vor der Aufnahme die ganze Zeit so, wir werden sterben, wir werden sterben. Ich so, nein, wir werden nicht sterben. Zumindest jetzt hatte ich mal recht, vor dem Kampf mit Freaks hat er gesagt, wir werden sterben. Aber wir werden nicht sterben, dann hab ich gesagt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Sehr, Leute, ich bin der wahre Wahrsager in diesem Projekt. Der wahre Wahrsager? Ja. Wer hat gesagt, dass in die Mitte zu gehen Selbstmord ist? Ach, diese alten Scheißdinger. Da haben wir jetzt nicht mehr raus. Ja. Genau. Ja, gut. Also auf jeden Fall, das ist die beste Folge EUW. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich hab nämlich ein Problem. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da helfen. Ich hab eine Folge von mir. Also den Anfang der Folge hab ich irgendwie kaputt gemacht. Ich hab aus Versehen OBS geschlossen. Beim Versuch, meinen Ping zu regeln. Jetzt von dieser Folge? Ja, ja. Und jetzt ist da ein Fehler bei der Aufnahme. Ich muss das irgendwie probieren zu retten. Und sonst werden dann unsere Koordinaten direkt wieder veröffentlicht. Dann müssen wir eigentlich nicht... Aber ich glaube, dass das im Verstoß im Team gilt. Das bedeutet, ich glaube, dass das jetzt nicht... Ich glaube, dass wir dann jetzt vom Projekt ausscheiden. Nein. Nee, sicher nicht. Also erstens ist dann immer die ganze Folge weg. Und zweitens, das glaub ich nicht. Okay. Glaub ich echt nicht. Weil irgendwie... Das ist jetzt sonst voll behindert. Wenn dir mal etwas Dummes passiert, es ist quasi so... Dein PC crashed, zwei Folgen weg, fuck it. Ja. Inventar-Kilier. Mein PC-Crash, Folge wäre weg. Ja. Ihr seid raus aus meinem PC-Crash. Nee, das denke ich nicht. Weil... Mein Gott. Man kann ja bei dir sehen, was ich gemacht habe. Wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie Diamanten gefunden oder sowas. Also wäre es jetzt so tot... Total. Total weird gewesen. Und wir hätten jetzt plötzlich so... Einen Stack Diaz plötzlich gehabt. Dann okay, ja. Das wäre dann schon... Ja, du benutzt ja eh X-Ray. Haben ja meine Zuschauer immer geschrieben. Boah, wieso benutzt der X-Ray? Ja. Nee, aber ich mache jetzt... Aber bei einem Inventar-Kilier ist es dann safe. Willst du denn nicht ganz hoch? Doch, aber ich muss grad ein paar Sachen in Safe-Inventory machen. Falls mein Inventar-Kiliert wird. Oh, okay. Ich bin nett. Nee, ich weiß jetzt halt nicht. Das ist... Ich glaube aber Koordinaten veröffentlichen, weil... Okay, ich werde in fünf Minuten gekickt. Das wäre gut, wenn wir uns in der Zeit noch ein bisschen Holz beschaffen könnten. Ja, ich gebe mein Bestes, Bro. Aber ganz ehrlich, wir können ja eh grad noch eine zweite Folge aufnehmen. Ja. Von dem her, das ist glaube ich nicht das Problem. Ja, und die können eben keine zweite Folge jetzt mehr aufnehmen, ne? Also wenn die... Wir warten noch dann, bis die runter sind und dann können wir uns austoben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch nicht so hoch, dass wir schon an der Oberfläche sind, warten halt dann da, sneaken, loggen uns aus und dann... Suchen wir uns aber auch gleich eine neue Position, oder? Aber eins muss ich ja sagen, ne? Das ist bisher die beste Folge Titan, die ich jemals aufgenommen habe. Leute, jetzt können wir mal über ein ernstes Thema reden hier. Und dann... Mein Gott, ich bin 15 Minuten lang mit meiner Faust und Steine abbauen. Was ist das für eine Scheiße? LOL! Wenn ich F5 drücke, kann ich nach oben sehen. Wie nach oben sehen? Wir sind in so einem Dschungelbiom. Was? Doch das sah halt aus wie X-Ray, Alter. Ich habe nämlich F5 gedrückt. Warte, geht das nochmal? Digga! Jetzt geht das nicht mehr. Was? Ja, ich konnte alles von oben sehen. Da oben hoppelte ein kleiner Hase. Weißt du, wir reden gerade vorhin noch über X-Ray und jetzt passiert sowas. Ja, ja. Ich merke schon. Thomas, du willst uns hier also was erklären. Nee, Killer hat... Weißt du noch in der einen Folge, Leute, wo Killer X-Ray benutzt hat? Ja. Er hat wirklich X-Ray benutzt. Ja. Oh mein Gott. Nee, aber ernsthaft. Das ist echt gerade kacke. Oh mein Gott. Loll? Hast du gerade Schaden bekommen? Nein, das war Kies, Alter. Ich hatte gerade zu Panik. Boah, Digga! Du weißt, dass wir verfolgt werden. Ich schwöre dir! Mach mir nochmal so Angst und ich töte dich. Oha, habt ihr gehört? En total Morddrohung von Killer. Das kann man in Deutschland anzeigen! In Titan-Titon. Hahaha. So. Alter, wir sind fast oben. Killer. Das ist die beste Folge Titan. Warum macht mir alle so Angst? Meine Freunde... warte. Nicht abbauen. psh, psh. Und ich... was? Mach weiter? okay ich wäre jetzt fast so weit dass ich schon die erde sehe ja ich habe mich straight nach oben gebaut weil ich hatte keinen bock auf die ja weil was bringt sich so eine scheiß treppe ich bin jetzt genau einen block vor der oberfläche und ich kann jetzt mit tea time nicht mal nachschauen wie lange wir jetzt noch haben das war das war leute er gibt mir immer schuld es wäre meine schuld aber was kann ich dafür wenn die scheiß datei beschädigt ist ich sage nicht pc beschädigt mal bitte die datei danke doch klar das sagst du hast ja klar du willst willst du es nur manipulieren ja deswegen wolltest du dass ich gegen wenig sterbe deswegen wolltest du gegen freaks kämpfen und dass sie mit einem halben herz überleben lassen weißt du ja und dann vor der aufnahme sagt genau zu mir ich habe gefällt ich wollte ihn eigentlich schlagen und habe damit den bogen auf mich geschossen er hat auf mich geschossen wisst ihr leute so ich hatte so panik ich dachte du wärst mein last und habe mich deswegen turn around mit dem bogen umgedreht und auf dich geschossen das hat ja die ganze zeit gelegt bei der aufnahme jetzt gibt's bieft zwischen killer und doggy ohne witz jetzt ist so tru zertricht ja natürlich es zerbrechen ich hab gerade angst dass ich den namen gesehen ernsthaft alter macht mir keine angst hier oben sind keine namen zumindest nicht das name das name versteht da ist das dein scheiß ernst alter verarscht mich noch einmal so nicht töte dich ich habe mich richtig angekackt alter ich habe mich gar nichts getraut gerade der verarscht mich da alter ist das ein scheiß ernst ich habe was gemeint so ich werde in einer minute gekickt ich habe noch länger zeit war der tea time ja ich schau leute er will er will schon wieder tee trinken deswegen wieder denke sich so tea time und finde ich einfach nicht in ordnung weil dann rufe ich tea time und dann wirst du das schon sehen oh boomstock über den oh gott oh alter ich wette dich sehen uns so die ganze zeit warten nur darauf dass du gekippt ne warte in den letzten zehn sekunden entsticke ich mich und schreib sorry guys pisa er schreibt aber pisa warte ich bin voll der coole boi provoziere es noch nee ich wollte jetzt noch scheiben spät zünder aber das problem ist halt ich kann es nicht mehr schreiben hatte ist nicht mehr ausgegangen ich habe nämlich ich weiß eh nicht wie warum die so lange gebraucht haben also ohne scheiß okay leute ich beende hier mit eine folge guckt noch bei den lieben killer crafter vorbei okay der ist auch raus okay gut wir haben es geschafft eine folge überlegt jetzt werden die koordinaten dann direkt noch mal gepostet das ist dann schön und gut dann könnt ihr noch mal abhauen eigentlich und ansonsten ich weiß es nicht ja was das hier von dieser folge ich hoffe natürlich es hat euch gefallen lassen da oben da wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein bis ende und tschüss okay